hey moin leule und willkommen zum neuen part von clash royale diesmal auch mal mit stimme ich hoffe es stimmt auch mal alles mit dem ton ein weil die letzten partner immer ohne stimme gewesen dann kamen wieder videos wo der ton zu leise war irgendwann gleich einfach mal los neues update ist ja auch schon zwischendrin erschienen die kombos eigentlich unschlagbar so ein bisschen zu laut schnell wegziehen er hat meine komo knacken können aber das ist mir wurscht sagt eine bombe konntest du abschmeißen doch oder nicht kleiner ausgebuffter wichser wie kommt er denn daran vorbei da willst du mich verarschen so 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 So, die Zelt konnte ich jetzt gerade mal gut ausnutzen. Alter. Alter, der Päcker ist noch hart in der Geschichte gerade. Zieh dich weg. Alter, als... Was war das? Halt die Schnauze. Oh, was ist... Klar. Klar. Level 9. Und war schon Arena 8. Jetzt hackt sie völlig aus. Klonzauber. Ach man, jetzt kommst du mit Funky oder wie? Ahaha. Ich komm über die zweite. Der Tower Freeze hat ihm gerade gar nichts gebracht. Wie ihm das genauso wenig zu bringen wird. Und... Nein. Und wegziehen. Und wegziehen. Zeit, ich wieder siehe. Das war okay. ctive ist ein Ausmaß. Abwechhorn' Abwechlen. Sie rauf. Abwechlen. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Alter, war das knapp Schau mal, was wir noch rausholen können Acht Alter So, tschuk tschuk So 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 So